Ja, moin am 1. Februar. Professor Bhakti sitzt zu Hause und konnte nicht zur Demo nach Wien. Wurde von unserem Polizeistaat daran gehindert. Und gestern sah ich ein Video vom NDR. 400 Leute waren im Schanzenpark gestern und wollten in der Sonne sein und rodeln. Auch das wurde verhindert, indem der Park teils abgesperrt wurde. Mir sagte eben jemand, ich soll das positiv begleiten, wenn ich das dann immer so sehen könnte, dass es positiv ist, dass die Leute rausgehen. Aber irgendwann kommen sie halt nicht weiter. Oder sie kommen erst gar nicht dahin, wo sie hinwollen. Wach werden, aufstehen, weitermachen, aufstehen. Ja, ich weiß nicht, welches das nächste Freiheitshighlight sein wird. Ob im März Demos in Berlin stattfinden können. Bis dahin geht noch viel Wasser den Berg runter. Schauen wir mal. Bis dahin geht noch. Vielen Dank.